Das ist für die meisten Kunden ein Once in a Lifetime Projekt, weil das so die Champions League an Intralogistikprojekten ist und da braucht er einen kompetenten Ansprechpartner, der ihm alles aus einer Hand liefern kann. Wenn man dann das erste Mal in der Anlage steht und wirklich sieht, wie sich die Paletten oder die Behälter von A nach B bewegen, dann ist das ein wunderbares Gefühl, wenn alles zusammen in Bewegung kommt. Ich bin ein Blöd und ein Blöd. Vielen Dank.